ARD Text im Auftrag von Funk Wer hieß Krankenhaus? Larsen, kannst du dich erinnern, was passiert ist? Ein Unfall. Sie wissen bestimmt, dass wir in der Schule Schwierigkeiten haben. Hab ich gehört. Was hat das mit Lars zu tun? Lass uns doch am Wochenende einen Ausflug machen. Was machen wir hier? Du wolltest doch herkommen. Gwen! Schaffst du das? Danke. Kannst du mir jetzt sagen, was mit dem Mädchen passiert ist? Wie soll ich das wissen? Er ist bereit einzusteigen, wenn du Montag nicht nah bist. Das kannst du nicht machen. Das ist meiner! Was ist mit dir los? Mit mir? Bleib hier. Bitte, was hab ich falsch gemacht? Gar nichts. Was soll ich denn machen? Lars, hör auf. Du warst noch nicht dabei. Klar war ich dabei. Nein, das kann nicht sein. Ich will dir helfen. Ich brauch deine Hilfe nicht! Lars! Du wusstest davon. Du hast nichts gesagt. Manchmal ist es besser, wenn man Sachen nicht ausspricht. Dann. Für wen hast du es besser? Für wen hast du es besser? Du hast du es besser gemacht? Du bist besser!